Einen Besucherzuwachs von ca. 10% konnten die Veranstalter hier auf dem Caravansalon feststellen. Indikator für die tatsächlich wieder steigende Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans. Vor allem die umgebauten Kleinbusse haben es den Käufern angetan. Ein echter Trend laut Caravaning Industrieverband, den die Premiumhersteller teilweise bestätigen. Wir haben verstärkt Auftragseingänge. Dieses Jahr ca. 20% mehr als im letzten Jahr. Also für uns ist es momentan sehr erfolgreich. Bei uns ist zu erkennen, dass natürlich der Trend zu kleinen, sehr kompakten Fahrzeugen da ist, wie unserem Iano Marco Polo. Tiefgaragentauglich, hohe Alltagstauglichkeit, fünf Personen. Man kann drin schlafen, man kann auch was drin kühlen und kochen. Also von daher ein nachvollziehbarer Trend. Gute Konzepte und gute Presse helfen. Mancher kleine Mittelständler hat 2009 ca. 25% mehr abgesetzt. Und hat schon jetzt Wartezeiten von sechs Monaten oder mehr. Die Auftragsbücher sind voll und nur bei den großen Fischen der Branche führt das nicht zu Lieferschwierigkeiten. Noch allerdings ist die Messe auch nicht zu Ende.